Willkommen liebe Freunde zu einer neuen Runde GTA Online. Heute stehen eventuell meine Flugskills auf dem Plan. Wird bestimmt spannend. Schauen wir mal. Ach, wie alarmiert werden war, ist das? Wir fahren Querfeld ein. Ich brauche nur einen Wegpunkt, dass ich weiß, wo ich hin muss. Und dann holen wir die ab mit dem Heli und ich und ich kann das Ding fliegen. Ich bin noch nie mit Hausunterstatur gefunden. Ich höre halt häufig, dass es eigentlich mehr Sinn macht für den Controller. Der Controller ist halt gerade kaputt. Hör? Hör? Oder kann der fliegen? Bella fliehen Ich will meinen... Jetzt seht ihr den Sniper. Matt, der Sniper ist wieder da. Ich liebe ja gute Scharfschützen-Schüsse. Ich kann mir jetzt halt schön stillen. Junge, halt still! Junge, halt still! Zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch! Alter, ich sitze hier beim Zysho, Emili. Da ist niemand. Junge, nein, 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 das schaffst du nie! Ach, Junge, dreh das Ding, was wird das? Dreh das Ding, das schaffst du nicht! Das schaffst du nicht! Da! So, ist das Ding so fein, gefällt mir gerade Null. Junge, wir stürzen ab, falls dir das nicht aufgefallen ist. Was machst du da? Habe ich einen Fallschirm? Habe ich einen Fallschirm choices, ist das Ding so gefl tah. Habe ich mich nicht so gefl trasfd. ato, mal verspricht dazu und ich werde das Ding zu treffen. Also, das ist dieses Ding so Höfst. Er wurde auch schon aus dem Fallschirm für Ad-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Justin, was ich mit meinem Vorrag? Ich bin bemercht. Ich bin bemercht dafür, Alfred, 13. Ich bin eben nicht nur für den Fallschirm. Sicher schaffst du nicht gerade nachsitzen? Ich bin schon vor, Flugzeug. Ich bin was.. Du schaffst du nicht oder sich selbst mit euch gefst? Der fällt auch wie so ein Halbwahnsinn, nigger. Also da fick ich das nächste Mal lieber selber. Da haut der noch ein bisschen bis es auch los geht, bis dahin hab ich noch den neuen Controller. Kann ich wieder schön fliegen. Ich übe das auch mal mit Maus und Tastatur. Müssen wir uns da wieder rauf verlassen, dass der andere das nicht so geht. Ich bin ein bisschen rein. Ich bin ein paar Kriterien. Ich bin ein paar Kriterien, die ich will. Ich bin ein paar Kriterien. Ich bin ein paar Kriterien. Gut, drei Minuten erschaffen wir noch, je nachdem wie weit er ist, aber zwei Kilometer muss gehen. Aber der Sniper schoss aus dem Helene, der war nice. Gut, der andere hat sich halt versteckt gehabt. Also ich glaube, ich bleibe am Ende des Tanks, wahrscheinlich der Fahrer von meinem Team, oder zumindest der Pilot. Fahrer weiß ich noch nicht, vielleicht kommen auch noch ein paar Leute mehr dazu, offens. Ich habe 90 Sekunden, um das Target auszunehmen. Gut, noch weniger, wenn der weiter so beschissen fährt. Oh, weg, 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 weg! Du siehst doch, dass der abhaut. Der ist erledigt. Ich habe ziemlich viel gekillt. Und der Pilot, den wir hatten, ist ein Wahnsinniger. Das übt er nochmal. Das kriege ich definitiv besser hin, das weiß ich. Gut, für heute soll es das gewesen sein. Das war es jedenfalls einmal für heute. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.